Ja, schönes Lecken. Wir nehmen gleich vorne ein. Ja, du sprichst meine Sprache. Weißt du, wir verstehen uns auch. Freue ich mich immer. Ja, die sind jetzt am Rumpf vorwerken. Runter, ja, bedrücken. Das sieht sonst so schwack aus, weißt du. Jetzt ist sie hier am Rödeln. Der Bauch verrutscht immer so ein bisschen. Dann wird der runtergezogen, weißt du. Weil eigentlich ... Quetzalein, du machst das richtig. Eigentlich ist Orselmo lang, ja. Aber wir moppen ein bisschen auf, weißt du. Der dicke Mann kommt besser an. Ja, jetzt fasst du mir wieder am Bauch. Hab ich auch gerne, weißt du. Okay. Ich verdanke mich, Frau. Was zeichnen wir denn eigentlich auf? Darf man das mal erfahren? Für wen ihr dreht? Von wem seid ihr? Von wem ihr seid? Sagt er mich. Ja, ich weiß es nicht. Soll ich jetzt eigentlich mitlau- Ich weiß nicht, was für Wacken ist. Mir sagt keiner was. Ihr seid am Filmen, meine ich. Weißt du? Drehen wir? Was drehen wir denn? Ja, was dreht ihr? Ich weiß nicht, was ihr dreht. Ich hab keinen Text. Ganz weit. Ihr seid am nicht so raus. Ach, ich soll raus. Muss einem ja einer sagen, weißt du. So, hier ich raus. Ich soll rausgehen. Geht ihr mit oder was macht ihr? Geht ihr mit? Seid ihr am mitgehen, ne, meine ich. Wieso geht ihr immer aus dem Bild? Ganz ruhig im Bild rein. So, Freunde. Wo gehen wir denn hin? Ach, Mensch. Wie jedes Tier. Ich freu mich. Bei dir läuft das, ne? Läuft. Ja, bei mir ist auch alles soweit. Ich hab auch Blutwerte, ist alles wieder. Weißt du? Klasse. Nehmen wir nachher wieder einen, ne? Okay, machen wir. Wie war der Name nochmal? Alfred. Ich bin der Horst. Weißt du? Ich hab hier dich nicht. Wir beide haben schon ordentlich... Wir haben so manchen Streifen. Alfred. Alfred hieß er, ne? Ich mach das. Ja. Der weiß Bescheid. Sind die Leute denn schon drin? Was machen wir denn jetzt? Ach so. Wir haben noch ein paar Aufsager. Ach so, ja. Ich dachte, die Leute wären schon drin, weißt du? Ich mache mich verrückt vor sich. Vor allem nicht. Das bewundere ich, wie du da runterlässt. Man sieht mich gar nicht in Schwarz, ne? Ja, wie heißt das, wenn das Taub fällt, ne? Wenn das so taubstumm ist. Ne Quatsch. Hören tut ihr mir. Ihr seht mich. Ja, weißt du? Oh, das ist aber groß hier. Das ist mir doch ein bisschen zu groß. Also, ob mir das nicht zu groß ist, ich weiß es nicht. Ich meine, ja. Ich meine, das wäre mir zu groß. Ich meine, das wäre mir zu groß. Oh. Ist nichts passiert. Ja. Seid ihr am rumlaufen, ne? Dann sieht das. Ja, aber ich kann mich nicht so schnell bewegen. Und das gleicht eher mit der Bewegung aus. So haben Sie das Gefühl von Dynamik. Dabei stehe ich nur blöd auf der Stelle rum. Ich mache gar nichts. Aber Sie haben das ja viel mein lieber Volli mit dem Schlemmer. Geht die Post auf. Die Leute kommen jetzt rein. Meine Damen und Herren, jetzt kommen die Leute rein. Jetzt gehe ich raus, weil die Leute kommen. Geht ihr wieder mit? Willst du am Mitlaufen wieder, ne? Ist auch eine verrückte Nudel der Kameramann. Also ich meine, der wird ... Ja. Ja, ich habe alles. Ja, wisst ihr Bescheid. Habt ihr? Kommt ihr mit? Lauft ihr? Ja. Gehen wir hier durch, ne? Ach so, das Mikro. Das brauchen Sie. Was? Das brauchen wir noch. Soll das dranbleiben? Ich habe Sie nicht verstanden. Das soll dranbleiben. Mein Mikro? Ja. Bleibt dran. Ach so, ich drehe noch mal auf. Ich dachte, ich wäre schon aufgetreten. Ich verstehe das nicht. Das ist Fernsehen. Ich bin ja eigentlich Journalist. Ja, aus keinem Wort. Ja. Woher bist du denn da? Ich bin Fan. Ach. Ja, ich liebe meine Heimat auch. Weißt du Bescheid. Was wollte ich jetzt? Ich wollte irgendwo hin. Ich habe wieder Gedächtnis. Ach so, ich habe eine Garderobe. Warte. Dann gehen wir jetzt rein. Ja, das ist die Rippenstroh. Das ist der Pianeur. Weißt du? Der macht Musik. Ja. Weißt du? Ja. So lange. Nee, da dürfen wir nicht. Ja. 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 Ja, ja. Ja. Ich weiß nicht, was ihr noch wollt. Aber ihr geht mit. Ja. Man geht mit. Weißt du? Ja. So, jetzt setze ich mich hier rein. Ich trinke noch ein, zwei Dom Karten. Ja. Und dann kann es meinetwegen von meiner Seite aus losgehen. Ich krieg so schlecht Luft. Weißt du? Ich hab keine Luft mehr. Ich hab nicht so lange reden am Blick. Nein. Ich geh jetzt rein. Ja. Ich geh jetzt rein. Gehst rein. Ich geh rein jetzt. Kommt nicht mit. Ja. Jetzt wird mir auch wieder strummerig. Scheiße. Ich muss mich hinsetzen. Dann ist er weg. Nein.